Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Dieses Mal geht es in der ersten Runde der Qualifikation für die E-Sports-Meisterschaft in Formel 1 2017 weiter. Ihr werdet gleich meinen Versuch sehen, der zwar nicht der allerbeste war, aber von der Punktezahl her nah an meinen besten rankommt. Meinen besten Versuch konnte ich leider nicht aufzeichnen, da hat die Hardware ein bisschen gesponnen. Aber ihr werdet es sehen, die Runden waren auch nicht perfekt, es sind viele Fehler drin. Ich habe nicht so wirklich im Regen meine Konzentration gefunden und auch nicht die Pace. Ich bin deswegen auch zu Recht nicht in die Top 100 gekommen. Ich glaube meine Endplatzierung war dann nach dem ersten Zeitraum, wo man sich qualifizieren konnte. Ich glaube auch Platz 100 oder Platz 110, irgendwie sowas. Ihr werdet es gleich sehen, wie gesagt viele Fehler und ich hoffe es wird in Baku, Spanien und dann im Endeffekt in Monaco auch besser werden. Ich wollte es euch natürlich nicht vorenthalten, wie ich gefahren bin, deswegen viel Spaß und wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Bis dahin, 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 ciao.